Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute natürlich, wie eigentlich jeden Tag, ein neues Video über Xiaomi. Und was ist da eigentlich so heute passiert? Was macht der Kurs? Was gibt es grundsätzlich für Nachrichten? Ich finde immer ganz gut, wenn ich bei Xiaomi einmal so, ja nicht nur auf den reinen Aktienkurs eingehe, eine Aktienanalyse betreibe, sondern wirklich, was dreht sich allgemein alles um Xiaomi? Also von neuen Produkten, neuen Vorstellungen, sollten neue politische Vorkommnisse passieren und, und, und. Und anfangen möchte ich mit einer Nachricht, also Elektroauto von Xiaomi, was müssen Anleger wissen? Ist klar, soll bereits 2023 auf den Markt kommen, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden, sondern darüber, dass Xiaomi den Umsatz in den nächsten Jahren pro Jahr um 30% steigern möchte. Und da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, dass Xiaomi es schafft, den Umsatz zu steigern. Da glaube ich fest dran. Aber 30% pro Jahr finde ich persönlich schon eine ordentliche Prozentzahl. Klar, sie haben neue Produkte, neue High-End-Handys, das muss man ja so sagen, also wirklich im höherpreisigen Zipment. Aber ob man wirklich 30% schafft, lasse ich jetzt erstmal im Raum stehen. Mich würde es als Anleger, als großer Anleger auf jeden Fall freuen. Aber da würde ich mich wirklich mit meiner Meinung ein bisschen zurückhalten, würde mich aber umso mehr freuen, wenn es funktioniert. Und die nächste Nachricht ist, dass die sehr bekannte Webseite Dixomark, ich hoffe, spreche ich richtig so aus, Das ist eine Testseite, die sämtliche Handys so testet. Und hier ist das neue Mi 11 Ultra mit 143 Punkten mit Abstand das beste Handy, die beste Kamera im Handy, die es so auf dem Markt gibt. Und das finde ich persönlich sehr beeindruckend. Da habe ich ja auch vor kurzem ein Video drüber gemacht, ob Kameras wirklich kaufentscheidend sind. Aber man sieht es ja auch an den Verkaufszahlen von dem aktuellen Mi 11 Modell, also innerhalb von einer Minute 185 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Beweist eigentlich, hier ist ein Top-Produkt mit einer Top-Hardware zu einem natürlich für Xiaomi höheren Preis, aber im Verhältnis zu anderen namhaften Handys auf jeden Fall noch besser dran. Also auch wieder eine sehr gute Nachricht. Dann, die Nachricht finde ich eigentlich eher amüsant, hat jetzt so aktuell auch nichts mit der Aktie zu tun. Aber Xiaomi, drei Jahre Arbeit, das Ergebnis sorgt für das Spott. Hier geht es darum, Xiaomi hat ja ein neues Logo, anstatt eckig wird es jetzt rund aussehen, also einfach nur die Runden abgeändert. Hier sieht man es. Und dieses Logo-Veränderung soll 300.000 Dollar gekostet haben und man soll angeblich drei Jahre darauf oder dahin gearbeitet haben. Finde ich ein bisschen extrem, also das hätte meine zweijährige Tochter wahrscheinlich in einer halben Stunde geschafft, aber wollte ich einfach nur mal erwähnen. Dann eine nächste Nachricht, um den Umsatz auf jeden Fall ankurbeln zu können. Es gibt neue Hinweise auf Tablets von Xiaomi. Sie haben ja sehr, sehr lange darauf warten lassen. Da gab es keinerlei Nachrichten, aber jetzt soll eben ein Tablet rauskommen. Finde ich auch wieder sehr gut. Damit erreichen sie auch wieder potenzielle Käufer. Und eine sehr gute Nachricht und zwar das Mi 11 Lite, also das aktuelle oder eins der aktuellen Modelle, debütiert in Banggood. Banggood ist eine riesige E-Commerce-Plattform in China. Gibt es ja schon seit 2006 über 500.000 Produkttypen und hier ist wirklich Banggood ein sehr extrem führender Anbieter von sämtlichen Produkten eigentlich. Also da kann man eigentlich alles kaufen, ähnlich wie Alibaba. Und hier debütiert das Mi 11 wirklich an vorderster Stelle. Also auch wieder eine gute Nachricht. Und nun widmen wir uns mal den Aktienkurs. Heute 2,93 Euro, ein Plus von 1,38 Prozent. Und ich habe die Linien hier mal stehen gelassen. Einfach aus dem Grund, um zu zeigen, wie meines Erachtens der Kurs weitergeht. Man sieht hier diese Linie nach unten, die Abwärtsbewegung. Und hier sieht man ganz deutlich, wie der Kurs hier einmal kurz drüber gekommen ist und dann aber wieder relativ schnell gefallen ist. Das ist ja erstmal kein gutes Zeichen, weil es ist natürlich immer sinnvoll, wenn eine Aktie eine gewisse Unterstützungslinie durchbricht. Das hat sie hier auch gemacht, aber sie ist eben nicht oberhalb davon geblieben. Und das ist von der Chart-Technik her, von der Chart-Analyse jetzt nicht die allerbeste Nachricht. Aber, wenn man sich jetzt mal dieses kleine Feld hier anguckt, ist da noch ein Tag übrig. Und hier glaube ich persönlich, dass man auf jeden Fall über der Linie hier liegen wird morgen, beziehungsweise übermorgen. Auf jeden Fall Ende der Woche schätze ich persönlich, dass der Kurs jetzt wieder zwischen 1 und 2 Prozent steigen wird die nächsten Tage. Und dann wir die Unterstützungslinie durchbrochen haben und dann der Weg nach oben weiterhin offen ist und auch den Weg nach oben weiter bestreitet. Und wie ich eigentlich immer sage, dieser Kursanstieg hier plus 3 Prozent, minus 1 Prozent, plus 2,5 Prozent, plus 1,3 Prozent ist meines Erachtens viel, viel besser als Kurse, die plus 10 Prozent, minus 7 Prozent, plus 20 Prozent. Denn da ist die Wahrscheinlichkeit einfach auf eine extreme Korrektur viel größer, als wenn so ein Kurs einfach natürlich wächst. Und das sieht man auch, wenn man ein bisschen weiter raus geht. Sehr schön bei Xiaomi in diesem Bereich hier. Hier ist auch die Aktie immer schön gestiegen, immer ein bisschen mehr. Dann ja plus 10 Prozent, dann wieder plus 10 Prozent, 5 Prozent, plus 3 Prozent und dann gab es natürlich wieder eine leichte Korrektur, aber dann auch wieder eine relativ schöne Aufwärtsbewegung. Und das erhoffe ich mir hier eigentlich persönlich auch, dass der Kurs wirklich leicht steigt. Wahrscheinlich wird sich dann im gewissen Betrag von 3 Euro eine leichte Seitwärtsbewegung befinden oder eine leichte Korrektur, aber trotzdem über eine Wochensicht auf jeden Fall eine leichte Steigerung sehen. Dass jetzt eine Xiaomi-Aktie nicht von 3 Euro auf 4 Euro steigt innerhalb von ein, zwei Tagen, ist auch klar. Hier muss man auch nochmal bedenken, dass das große Manko, was hier noch existiert, obwohl man eigentlich jeden Tag nur positive Nachrichten hört, ist tatsächlich der enorme Handelsstreit zwischen China und der USA. Muss man gucken, wie sich das entwickelt, aber sonst gibt es eigentlich keinerlei negativen Nachrichten. Und ich habe gestern auch nochmal mit ein, zwei Zuschauern geschrieben, zwecks dem Elektrofahrzeug, dass das sehr riskant ist. Das stimme ich absolut ein. Es ist eine riskante Sache, aber wenn man es nicht probiert oder wer nicht probiert, der nicht gewinnt. Xiaomi steht fundamental top da. Sie haben gute Zahlen, top Gewinne, top Umsatz und auch sehr viel Kapital auf der Seite. Deswegen würde ich behaupten, Risiko besteht, aber es würde sich wahrscheinlich noch in Grenzen halten. Ich hoffe, ich konnte wieder ein paar Updates geben und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020